Willkommen zu diesem PUBG FPS Guide. Wenn ihr sehr wenig FPS Ingame habt und das gerne steigern wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Von vornherein kann man direkt sagen, dass es natürlich hilft, wenn man einfach die Grafikeinstellungen runterstellt, aber ich zeige euch jetzt ganz genau, welche Grafikeinstellungen auf was stehen sollten und was sie überhaupt bedeuten. Es gibt auch Startparameter, die man verändern kann in Steam selbst für dieses Spiel, damit das Spiel zum Beispiel den Speicher anders nutzt. Das kommt dann aber erst später. Ich öffne also jetzt mal die Einstellungen und bin bereits hier auf Grafik. Das Ganze beginnt bereits hier oben. Wenn man die Auflösung runterstellt, dann kann man schon mal ordentlich was an FPS rausholen. Viele machen das aber ungern, viele wollen eben auf 1920x1080 spielen. Darum gehen wir direkt hier weiter runter zu diesen erweiterten Einstellungen. Denn da kann man einiges rausholen. Gesamtqualität ist jetzt auch hier unwichtig, weil wir jetzt die einzelnen Punkte verändern wollen. Die Bildschirmskalierung bzw. Screenscale. Diese Skalierung bewirkt, dass eure Grafikkarte nur den angegebenen Wert in Prozent, bei mir sind es jetzt 100%, der eigentlichen Auflösung berechnet und das Bild dann aber später wieder auf die Auflösung des Monitors hochskaliert. Das heißt, hier könnt ihr schon mal etwas runterdrehen, um eure Ressourcen zu sparen und dann eben auch mehr FPS zu haben. Ganz gute Werte sind hier 80-90%. Der nächste Wert ist Anti-Aliasing bzw. die Kantenglättung. Das Runterstellen dieser Option bringt eigentlich nur bei sehr alten Grafikkarten viel. Es bringt auch bei neuen etwas, aber es schlägt wirklich nicht sehr ins Gewicht. Man kann es natürlich dennoch runterstellen, um etwas mehr Performance zu haben. Also dann hier in dem Fall auf sehr niedrig. Die Nachbearbeitung macht das Bild im Gesamten einfach schöner und man sieht auch Gegner besser, zum Beispiel im Gras oder eben im Dickicht. Diese Option kann man auch runterstellen, aber wenn es irgendwie möglich ist, sollte man die dennoch so weit oben wie möglich lassen, weil man die Gegner dadurch einfach besser erkennen kann, wenn sie zum Beispiel im hohen Gras liegen. Nun kommen wir zu den Schatten und die Schatten sind wirklich der größte Performance-Fresser und in dem Fall natürlich auch dann die meisten FPS, die man bekommen kann, wenn man die Schatten runterstellt. Eine gute Einstellung liegt hier zwischen sehr niedrig und mittel. Auch bei sehr guter Hardware sollte man nicht zwingend auf Ultra spielen, sondern eher halt auf mittel oder hoch. Ich gehe jetzt hier auch mal auf mittel, weil das Spiel sonst irgendwann zu dunkel erscheint und man Gegner schlechter erkennen kann. Bei den Texturen kann man auch nochmal richtig schön FPS sparen, ohne großartig was aufgeben zu müssen vom Bild. Der Unterschied von Ultra auf Hoch ist kaum erkennbar, bringt aber schon einige FPS mehr. Und dementsprechend wird das besser oder mehr, je niedriger ihr geht. Falls euer Spiel speziell an Stellen laggt, wo gerade Granaten geworfen werden, beziehungsweise Explosionen stattfinden, dann müsst ihr die Effekte auf jeden Fall runterdrehen. Denn das ist das, was die ganze Sache haarig macht. Durch Laub könnt ihr, wie der Name der Option schon sagt, die Gräser, das Laub und so weiter herunterstellen. Das könnt ihr easy auf niedrig oder sogar sehr niedrig stellen. Das war früher auch ein kleiner Trick, um Leute besser im Dickicht finden zu können. Weil bei einem selbst, das ja fast gar nicht mehr dargestellt wurde und man einfach die Leute praktisch auf dem nackten Boden rumliegen hat sehen. Aber das klappt mittlerweile nicht mehr. Die Sichtweite ist was, was leicht missverstanden werden kann. Man könnte meinen, okay, wenn ich die Sichtweite runterstelle, dann sehe ich auch die weit entfernten Gegner nicht mehr. Aber dem ist nicht so. Ihr könnt das easy auf niedrig stellen und seht trotzdem Gegner, die weit weg sind. Hierbei geht es nicht um die Gegner, sondern um die Darstellung von allem anderen. Also auch bei Sichtweite könnt ihr ohne Probleme auf niedrig gehen, ohne dass ihr da irgendeinen Nachteil davon tragt. Und euer Vorteil sind mehr FPS. Des Weiteren gibt es noch Startoptionen, die ihr in Steam für das Spiel PUBG festlegen könnt, die euch nochmal einiges an Leistung bringen. Ihr öffnet also einfach Steam, geht in eure Spielbibliothek und klickt dann der Rechtsklick auf PUBG. Dann drückt ihr dort auf Eigenschaften und dann auf Startoptionen festlegen. Ich habe euch die ganzen Befehle unten in die Beschreibung reingeschrieben. Ich sage euch jetzt noch, was sie bringen. Mit dem ersten Befehl, Minus Use All Available Cores, sagt ihr dem Spiel, dass es alle Prozessorkerne nutzen soll, die zur Verfügung stehen. Mit Minus Max Mem ist gleich 16.000 zum Beispiel, legt ihr fest, wie viel Arbeitsspeicher für PUBG maximal verwendet werden darf. Das hängt natürlich davon ab, wie viel bei euch verbaut ist im Computer. Das könnt ihr dann nach Belieben festlegen. Der Minus Refresh 100 Befehl ist auch nochmal recht interessant, denn der gibt die Bildwiederholungsrate des Spiels an. Und die meisten Bildschirme, die ihr noch benutzt, vor allem wenn ihr auch einen nicht so guten Computer habt, haben höchstwahrscheinlich eh nur 60 Hertz. Das heißt, da könnt ihr dann auf 60 stellen. Mit Minus Malloc ist gleich System, zwingt ihr PUBG dazu, die Speicherverwaltung von Windows zu benutzen, anstatt seiner eigenen. Und PUBG hat so eine eigene, etwas krepelige Speicherverwaltung. Deswegen ist es sehr sinnvoll, diese Option mitzunutzen, damit man die gute Speicherverwaltung von Windows nutzen kann. Und zu guter Letzt gibt es noch den Minus SM4 Befehl. Dieser Befehl bringt sehr viel FPS, aber das spielt sich dann auch echt crappy aus, weil ihr ein komplett anderes Shader-Modell benutzt. Wenn ihr diese Option benutzt, sieht das Spiel so aus, als wenn es schon einige Jahre alt wäre. Wenn euch das nicht stört und ihr einfach nur mit viel FPS ultra reinkloppen wollt, die meisten Profis machen das ja auch, die stellen ja auch bei CSGO ultra weit runter, dass es aussieht wie 1.6 und dann gehen die ab. Wenn ihr das machen wollt, dann nehmt die Option auch noch mit rein. Mit diesen Optionen müsstet ihr eigentlich ordentlich an FPS dazugewonnen haben und könnt jetzt also mit vollem Spaß an PUBG rangehen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Falls ihr noch Fragen zu irgendwas Genanntem habt oder Ergänzungen, wenn ihr noch weitere Tipps habt oder Ideen, wie man die FPS steigern könnte, dann schreibt bitte in die Kommentare und ich füge es dann einfach in der Beschreibung mit hinzu. Also an alle, die jetzt sagen, shit, ich habe nach diesem Video immer noch nicht genug FPS, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Vielleicht habe ich da bereits weitere Informationen für euch stehen. Ich habe ja am Schluss noch meine PUBG-Playlist verlinkt. Da gibt es eben diverse PUBG-Bestops von mir. Könnt ihr gerne reingucken, wenn ihr lustig seid. Macht's gut. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.